Unbedingt gewinnen, deckt nie die ganzen Karten auf im Training, das ist toll. Es kommt auch ein neuer Mann, den Sie wahrscheinlich noch nicht kennen, ich habe ihn bis gestern, ehrlich gesagt, auch nicht gekannt. Asan Tachtarudov aus Kasachstan, ein 16-jähriger Zungenbrecher. Schau dir den Zungenbrecher an, das ist unverschneidig. Nicht nur ein Zungenbrecher, sondern auch ein Flieger. 124 Meter, trittweit ist der Sprung. Bravo, aber du hast es vorher schon angesprochen, auch das neue Material, der neue Anzug. Und ich glaube, die FIS und alle, die da beteiligt sind, sind auf dem richtigen Weg. Da haben auch wieder andere Leute eine Chance. Es ist sowas wie ein Gleichmacher. Ja, und es zählt für meine Begriffe wieder mehr die Athletik. Das heißt, die müssen schon ein bisschen wegspringen. Und der Sprung war für mich eigentlich absolut überraschend. Ja, unglaublich. Ein Kasaches.